Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach einer schwierigen Zeit geht es in die nächste Phase und die Gastronomie darf wieder Ihre Tore öffnen. Das natürlich unter Auflagen eines sehr strengen Schutzkonzepts, wo auch wir als Berufsverband haben dürfen, unseren Teil dazu beitragen und unsere Inputs haben können einfließen. Für uns im Bereich der Küche, wir sind uns gewohnt in einem hygienischen Umfeld zu arbeiten, Handhygiene, Reinigung, Desinfektion gehört sowieso zu unseren Alltagsjobs. Was erschwerend dazu kommt, ist jetzt der Sicherheitsabstand von den zwei Metern, gerade in unserem Umfeld hier. Vielleicht mit Bodenmarkierungen, so die Pöste signalisieren, mit Trennwände zu arbeiten, auch innerhalb der Küche. Und in letzter Konsequenz die Atemschutzmasken tragen. Das gesamte Schutzkonzept ist bei uns auf der Homepage unter www.hotelgastronion.ch publiziert. Ebenso wie die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Arbeitsalltag im Rahmen des Coronavirus. Ich wünsche euch einen ganz tollen Start und wünsche euch ganz viele Gäste. Macht es gut und habt euch Sorge. Auf weil wir es sehr interessiert sind. Ich wünsche euch die Gäste. Wir wünschen euch einen Gez die Gäste. Ich wünsche euch einen Gez die Gäste. Und hauptsächlich für dich, dass wir uns auf der Weg zu einem hiemen. Wir wünschen euch den quartz nerves, eine gute Gäste. Untertitelung des ZDF, 2020